Für Ben Benicio machen wir einen kurzen Sprung in die Reithalle des brandenburgischen Haupt- und Landgestütes Neustadt-Dosse. Sinnbildlich für die Kooperation der deutschen Landgestüte steht dieser Hengst, denn er war ein Gemeinschaftsankauf der Landgestüte Brussendorf in Sachsen-Anhalt, Neustadt in Berlin-Brandenburg und Moritzburg in Sachsen. Zur westfälischen Hauptkörung 2015 wurde er gemeinsam als Prämienhengst erworben und startete so dann seine Erfolgsserie. So war er zunächst Sieger des 14-Tage-Tests in Adelheitsdorf mit der Endnote von 8,43 und siegte noch im selben Jahr im westfälischen Championat unter Stefanie Fiedler. In den kommenden beiden Jahren war er jeweils qualifiziert für das Bundeschampionat der Tresurpferde 5- und 6-jährig. Im Anschluss hat er den Sprung in die Klasse S nahtlos geschafft. Unter Frederike Maas war er bereits siebenjährig in Klasse S erfolgreich und konnte allein in zwölf Prüfungen sechsmal den Sieg davontragen. Im letzten Jahr gründet der Sieg zu den Landesmeisterschaften in Berlin-Brandenburg den vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere. Ja und vor allem auch die Vererbung von Ben Benicio beeindruckt. Schon im ersten Fohlenjahrgang zahlreiche hochbezahlte Auktionsfohlen und dann vor allem aber auch drei gekörte Söhne aus den ersten beiden Jahrgängen. Darunter die Landbeschäler Benedikt in Marbach und Ben Amor in Zelle. Ja und hier mal ein paar Eindrücke von seinen Fohlen zum Neustädter Fohlenchampionat. So macht er sie. Mit viel Riss, mit viel Aufrichtung, schöner Antritt, einfach modernes Vorderbein. Herausragende Fohlen, wie wir sie von Ben Benicio schon vielfach gesehen haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.